Nummer 5 Mit diesem Lip Liner können Sie Ihren Mund leicht umranden und die Farbe Ihres Lippenstifts hervorheben. Er hilft, den Lippenstift während des Tages zu schützen, da er sehr widerstandsfähig ist. Er hat eine cremige Formel, die Ihnen ein Gefühl von maximalem Komfort vermittelt. Darüber hinaus zeichnet er sich durch eine pigmentreiche Formel aus, mit der Sie die Farbe erzielen, die Sie sich schon immer für Ihre Lippen gewünscht haben. Es handelt sich um einen Stift mit feiner Spitze, der in einer breiten Farbpalette erhältlich ist, so dass Sie den Stift auswählen können, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Dieser Lip Liner ist eine großartige Option, zumal er in einer breiten Farbpalette erhältlich ist, die perfekt zu all Ihren Looks passt. Es hat eine lang anhaltende und cremige Textur, die ein komfortables Auftragen ermöglicht. Er gleitet leicht über die Lippen und ist mit Shell Butter und Traubenextrakt angereichert. Außerdem bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und leuchtende Farbtöne für Ihre Lippen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 3 Es handelt sich um einen lang anhaltenden Lip Liner, der sich durch seine absolut cremige Formel auszeichnet. Auf diese Weise können Sie ihn leicht über die Lippenkontur gleiten lassen, was die Anwendung sehr angenehm macht. Dieses Modell bietet bis zu 8 Stunden Tragezeit, damit Ihre Lippen den ganzen Tag lang perfekt aussehen. Außerdem lässt er sich leicht mit den meisten Lippenstiften mischen und sorgt so für einen wirklich einzigartigen Effekt. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich, so dass Sie die Farbe wählen können, die am besten zu Ihrem Geschmack und der Farbe Ihres Lippenstifts passt. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 2 Es handelt sich um einen hochwertigen Lip Liner, der eine perfekte Konturierung des Mundes ermöglicht und so die Farbe des verwendeten Lippenstifts hervorhebt. Er ist sehr widerstandsfähig, zumal er für den ganzen Tag gedacht ist. Seine cremige Formel erleichtert das Auftragen erheblich. Er enthält reine Pigmente, um eine einzigartige und attraktive Farbe in allen verfügbaren Farbtönen zu erzielen. Dank seiner feinen Spitze können Sie immer ein Maximum an Vielseitigkeit erreichen, und er ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich, aus denen Sie denjenigen auswählen können, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1 Es handelt sich um einen Lip Liner mit einem automatischen System, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Make-up und Ihre Lippenkontur immer mit höchster Präzision zu gestalten. Er verhilft Ihnen zu maximalem Volumen und einer tollen Definition Ihrer Lippen, sodass Sie Ihrem Lächeln einen viel sinnlicheren Touch verleihen können. Er ist langanhaltend, sodass Sie mindestens 8 Stunden lang eine perfekte Lippenlinie erzielen können. Es gibt verschiedene Farbtöne, sodass Sie denjenigen auswählen können, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Er ist langanhaltend, sodass Sie die Lippenlinie erzielen können, dass Sie die Lippenlinie erzielen können.